Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu die Vierfeinde Raten. Heute habe ich fünf Gebäude rausgesucht und wir raten anhand der Gebäude den letzten Urlaubsort der Architekten. Wermelskirchen. Ja, das riecht für mich nach Harz. Tirol. Überall im Wohnwagen. Das ist akkurat. Der Philippinen-Skiurlaub in Dubai. Was? In der Skihalle. Da sehe ich aber wirklich Mallorca. Nordkorea. Ja, sehe ich. Polen. Oh ja. Ich sage, der war noch nie im Urlaub. Ungarn. Seychelles. Lockst du ein? Seychelles lock ich ein. Ja, dann war es wieder eine weitere großartige Folge, die Vierfeinde Raten. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein.